Okay, Freunde, hier ist der Transportdienst und... Bitte wählen Sie eine verfügbare Reisehut. Das scheint eine Bahn zu sein, auf der wir fahren. Das sieht ja mal cool aus hier. Guck mal. Coronet-Kreuzung. Eine Bahn mit Turbinenantrieb. Und die fährt nicht langsam. Können wir mal gucken hier. Der unterirdische Plan. Ob wir da auch langlaufen könnten. Hier braucht es wie in die richtige Richtung fahren. Das sieht schon echt geil aus. Keine Shuttle oder sowas, ne? Wie man das sonst kennt. Aber das ist nicht mehr spurig. Also die fährt nur ein... Ach wohl, die andere Spur ist vielleicht unten drunter. Total der Arbeit. Können wir gerade mal öffnen? Dann könnt ihr euch das in Ruhe durchlesen hier. Auf Corellia produzierte technische Geräte werden hier hergestellt. Okay. Die Bürger Corellias können nur noch voller Schrecken mit ansehen, wie alles, was sie aufgebaut haben, methodisch vernichtet wird. Na gut. Gucken wir mal. Und wir sind hier ganz in der Nähe. Bin ich eigentlich raus? Wahrscheinlich nicht, ne? Kraftfeld, okay. Gehen wir mal hier runter. Das ist so ein riesen Bahnhof oder sowas. So, okay. Ähm. Ähm. Warte, Kampfgebiet zu sein. Ich fahre mal hier runter und dann folge ich dieser Straße hier. Ob wir uns dann vielleicht von da nähern können. Wahrscheinlich, wenn wir einmal hier entlang fahren oder so, ne? Hier. Ein Scanner-Droid. Ich fahre mal den vorbei. Ich hoffe, der schießt uns jetzt hier nicht runter. Okay. Das hat funktioniert. Und dann will ich nur hier raus. Unterirdisches Ding. So, vielleicht. Ich hätte... Ach, die haben uns runtergeschossen. Okay, Mist. Na gut. Greifen wir die mal an hier. Versuch war es auf jeden Fall wert. So, wir haben auch übrigens gar nicht hier unseren tollen Buff aktiviert. Schweißer-Druiden sind das. Also, das ist eigentlich auch bloß Arbeiter-Druiden. Wir sind umfunktioniert worden, um hier zu kämpfen. So, okay. Also, hier auf dem Weg können wir jetzt nach Norden fahren. Und dann sollten wir uns ziemlich schnell dem Ziel nähern. Und ihr seht ja auch auf der Karte, dass das hier... Dass die Ziele direkt beieinander sind. Also, das muss generell dieses Gebiet hier sein, ne? Wo wir hin müssen. Und es scheint mir... Oh, das sieht auch cool aus hier. So, wie so ein AT-AT, ne? So ein Läufer. Können wir da auch rein? Können wir auch rein? Aber da ist nix. Schade. Wäre cool, wenn man da auch ein bisschen mehr sehen könnte. Oder wenn da irgendwas drin versteckt wäre. So Teile plündern wenigstens oder so, ne? Ich meine, wenn da schon so ein Ding rumsteht, müssen wir uns ja auch plündern können. Äh... Dann müssen wir durch, okay. Mach mich unsichtbar. Und lauf mal hier entlang. Dann nehmt Scanner-Droiden vorbei. Dann scannt er uns vielleicht nicht. Okay, super. Hier können wir nochmal fahren. Was ist das hier? Bombardier-Droide, Bombardierungs-Droide. Imperialer. Alles imperiales Zeug. Also im Prinzip sind die so wie wir, Schmuggler. Nur, dass die eben für die, äh, für die Imperialen arbeiten. Für das Sith-Imperium. Und eben nicht so wie wir für die Galaktische Republik. Wobei wir auch nicht direkt für die Galaktische Republik arbeiten, ne? Das ergibt sich halt. Das Ding müssen wir aktivieren. Dafür müssen wir die Leute hier platt machen. So, 2000 Schaden. Das war super. Über 2000 Schaden. Den machen wir zuerst nieder. Auch wenn er gerade betäubt wurde. Weil der andere ist länger betäubt. Perfekt. Jetzt ihn hier noch. So, dann mal los. Perfekt. Können wir das Teil hier aktivieren. Und dass wir angriffen werden, hoffentlich. Oder besser gesagt, zerstören. Oh, da kommen Gegner. Greif mal den da hinten an. Äh, den da. Machen wir das vielleicht mal so. Okay. Ich will nämlich die anderen Gegner nicht pullen, ne? Wisst ihr? Geh nochmal gerade drauf. Boom. Sehr gut. Der ist erledigt. Okay, da kümmern wir jetzt den da. Vermutlich kommen wir da nicht drum herum. Dass die, äh... Also, ne? Dass die dazu angreifen. Wenn wir das machen. Aber das passt schon. Müssen wir da hinten hin. Ich laufe mal geradeaus durch. Ist vielleicht direkt hier auf der anderen Seite. Parallel zu dem hier, ne? Dort. Genau. Da ist es. Super. Da läuft doch eine Elite. Da ist auch noch ein paar. Aber die Elite müssen wir uns nicht mal kümmern. Machen wir die erstmal hier nieder. So. Super. Klasse. Perfekt. Die sind erledigt. Jetzt machen wir das Teile kaputt. Machen wir unsichtbar. Und ignorieren mal die Gegner hier, die sonst abgesehen haben. Soll die ruhig da landen. Aber ist... Die wissen, wo wir sind. Die wissen, wo wir sind. Das geht nicht anders. Dann kämpfen wir halt. Dann folgen uns hier. Ist halt gescriptet. Ne? Wir müssen sie um die kämpfen. Aber wenn dem so ist, dann sei es drum. So. Perfekt. Und den schießen wir gerade mal über den Haufen. Ose. Machen wir uns unsichtbar und gehen weiter. Bevor der uns bemerkt hat. Das nächste Ziel ist direkt da hinten. Wahrscheinlich da unten irgendwo, oder? Ne. Da oben. Da oben. Ich hab's gesehen. Ist da jemand gesehen? Wer kämpft denn dort? Ach. Die greifen sich gegenseitig an. Okay. Soll die ruhig. Das ist nochmal so ein Bombardierungs-Druide. Können wir ignorieren? Generell ist hier eher alles voll mit Druiden. Wir betäuben mal den da. Dann greifen wir so einen von denen hier an. Ach. Zum Abschluss natürlich nochmal starke Gegner. Ne? Hier. Nicht so wirklich. Musst ein bisschen mehr zeigen. Guss. Wir stellen es mal hierher. Machen wir das da. Okay. Die bluten ja alle irgendwie, ne? Ich muss nur auf den hier, dass wir den da bluten. Müssen wir auch mal bluten hier. Kämpfen weiter gegen den da. Perfekt. So, jetzt können wir den erstmal schnell killen hier. Während der andere noch voll sich hinblutet. Perfekt. Jetzt machen wir das hier. Nummer 1. Nummer 2. Blutungsschaden. Und dann hier. Blutkocher. So. Oh, der ist explodiert. Sehr gut. Dann zerstören wir das Teil hier. Und da kommen noch ein paar Gegner. Wo sind sie? Dort sind sie. Ah, sind wieder diese Schwächlinge. Schießen wir da rüber kurz. Besser war's. Dann machen wir hier Shotgun-Action. Haben wir auch schon noch nicht mehr gemacht. Das sind Ewigkeiten her. Boom. So. Granate. Und noch ein paar Schüsse. Gezielte Schüsse. Und das war's. Sehr gut. Okay. Die Teile sind alles zerstört. Wir gehen nochmal in den Nahkampf-Mode. Und gucken mal ganz kurz hier. Und unten müssen wir rein. Natürlich an diesem Elite-Gegner vorbei. Aber wir sind ja unsichtbar. Glücklicherweise. Sprich mit Shibata. Shibata ist ja der... Ähm... Der Arzt, ne? Ist das hier? Kommen wir da rein? Oder ist das, äh... Müssen wir einmal außen rum? Wahrscheinlich müssen wir einmal außen rum? Ob ich damit fahren kann hier gerade? So. Jetzt müssen wir mal einen Weg da rein finden, ne? Dieses... Dieses Krankenhaus. Vermutlich ist das da der Eingang hier. Sieht auf jeden Fall gut aus. Geh mal an den ganzen Leuten da vorbei. Teil der Arbeit. Das ist es bestimmt. Schmugglerphase. Genau. Richtig. Sehr gut. Hier könnte es wieder einen Bonus geben, wenn wir Gegner vermöbeln. Jetzt haben wir praktisch die ganzen Gegner rausgelockt, weil wir draußen mehrere Ziele angegriffen haben. Und die ganzen Soldaten sind jetzt raus, um die Ziele aufzuhalten. Also den Angriff aufzuhalten. Und in der Zwischenzeit können wir mit Dr. Shibata sprechen. Hey, Shibata! Dr. Shibata? Ah, ja. Der Neuzugang. Man sagte mir, es käme eine schwere Beinverletzung. Nevis Kidd sagte, dass ihr hinein müsst. Der einzige Weg ist auf einer Trage. Zusammen mit den anderen Opfern. Verdammter Huttensohn. Schluss mit dem Gejammer. Ist doch nur ein Bein. Eurem Ruf nach habt ihr schon viel schlimmere Schmerzen ertragen. Und jetzt auf die Trage. Um das Bein kümmern wir uns drinnen. Da, ich habe euch ein Medipack verpasst. Das sollte genügen. Und ihr könnt euch aussuchen, welche Schmerzmittel ihr stehlen wollt, wenn ihr welche braucht. Kann ich beim nächsten Mal vielleicht Pharma-Vertreter spielen? Wenn ihr hier nochmal einbrechen müsst, stecken wir alle in Schwierigkeiten. Nevis Kidd meinte, dass er nach diesem Doppelagenten sucht. Damals so und so. Nach dem, was ich gehört habe, war er im OP-Flügel. Ich gehe jetzt besser wieder da raus, bevor mich jemand vermisst. Super, war aber sehr hilfreich, der Gute. Auch wenn er uns ins Bein geschossen hat. Wir machen uns mal unsichtbar hier. Und, ähm, imperiale Leute. Wahrscheinlich müssen wir die eh alle wegpusten. Deswegen mache ich das mal hier als Bonus. Ne, wisst ihr? Teste das erstmal. Oh. Was ist du denn? Sagen wir erstmal... Achso. Muss ich jetzt warten, bis der andere fertig ist, oder was? Dann machen wir erstmal den da platt. Achtung! Ich bin ein Jedi! Okay, perfekt. Wie viel ist das eigentlich hier? Finde damals Polaran. Stufe 48 Quest. Okay. Wird die anderen schon mal schädigen hier. So, sehr gut. Der flutte da vor sich hin. Und ist auch down. Perfekt. Gucken wir ganz kurz da rein. Aber hier gibt es nichts zu holen für uns. Wobei die doch schon ziemlich wachsam sind, die Gegner. Und wir kriegen nicht mal einen Bonus, wenn wir die bekämpfen. Also gibt es nur ein Ziel für uns. Nämlich Damas Polaran. Hoffentlich finden wir ihn auch hier diesmal. Ist ja fast wie die Jagd nach Skavak. Aha, da ist er. Sobald die Ärzte mein Gesicht verändert haben, verschwinde ich. Ich kann dem Imperium nicht dienen, solange dieser lästige Käpt'n die ganze Republik auf mich hetzt. Ich kann euren Platz beim Wolf einnehmen, was auch immer nötig ist. Euer Gesicht ist auch zu bekannt, Kaikos. Ein korelianisches Ratsmitglied kann keine Verbündeten in der Unterwelt finden. Ich habe ihn in Korea gebracht. Welche Freude, euch kennenzulernen, Mister. Ich werde bald von meinen eigenen Auftraggebern gejagt. Er gibt wohl nie auf. Was, Käpt'n? Ist das... Alarm! Alarm! Eindringlinge in der Fabrik! Sofort Verstärkung schicken! Tötet mich nicht. Ich töte keine Unschuldigen. Selbst wenn es Imperiale sind. Dann gehen wir einfach. Ihr habt mich schon wieder geschnappt. Zu schade. Ich hatte schon daran gedacht, euer Gesicht zu übernehmen. Zusammen mit dem Verbrecher-Imperium, das wir aufgebaut haben. Aber ich schätze, ich muss euch wohl umbringen. Na, dann nur zu. Versuch's doch. So, Schuss in den Rücken. Und jetzt haben wir endlich da was Polaran hier. Betäuben wir ihn mal, damit er hier keine Mätzchen macht. Und, ähm, lassen wir ihn mal bluten. Rechnen wir ihn ab. So. Ah, wir haben es zu früh gemacht. Aber auch nicht schlimm. Er braucht noch einen Schießen. Er ist so ein Revolverheld, ne? Der fallert hier um sich. Aber er steckt nicht genug ein. Äh, machen wir mal das hier. Zack. Und dann den Rück. Und das war's dann. Bäm! So. Okay, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Genug. Ich hätte das gleich am Sabbatisch klären sollen. Also, Captain. Wie komme ich hier lebendig raus? Ich weiß, ihr habt für alles einen Preis. Wie ist ein Spieler und Stümpfer wie ihr beim Imperium gelandet? Verwechselt mich nicht mit der Rolle, die ich spielen musste. Ich bin Bürger des Imperiums. Und Agent des imperialen Geheimdienstes. Es wird eine Erleichterung sein, wieder in den Teil der Galaxis zurückzukehren, wo Männer von mehr beherrscht werden als ihren momentanen Leidenschaften. Macht mir ein gutes Angebot. Und vielleicht kommt ihr wieder dorthin. Dodonna ist diejenige, hinter der die Republik her ist. Mein Dossier. Alle Aufzeichnungen aus meiner Zeit als ihr Betreuer. Es war ganz einfach übrigens. Die Aussicht auf Macht, die sie nicht mit tausenden zankenden Senatoren teilen muss, sie hat sofort unterzeichnet. Ich nehme das Dossier und eure Zeugenaussage bei Dodonnas Verhandlung. Ein vorbildlicher Bürger bis zum Schluss. Was? Ich dachte, davon hätte ich euch geheilt. Also gut, wäre ja nicht das erste republikanische Gefängnis, aus dem ich entkomme. Gut, wir hatten ja den Auftrag, ihn lebend abzuliefern, damit wir eben unsere Namen reinwaschen können. Ich habe damals den republikanischen Streitkräften ausgehändigt. Und ich habe seine Aufzeichnungen über Dodonna. Ausgezeichnet. Ich werde ihn streng bewachen lassen. Isoliert. Die Leitung ist sicher. Übermittelt mir alles, was er euch gegeben hat. Ich übermittle euch die Koordinaten für einen unserer Unterschlupfe. Sorgt dafür, dass euch niemand folgt. Wir treffen uns doch. Aber ich weiß nicht, was die Republik ohne euch tun würde. Haha. So, dann wollen wir mal. Wir sollen jetzt mit Meisterin Sumali sprechen. Und die befindet sich wo genau? Am Sammelpunkt. Okay. Das ist vermutlich... Ach, das ist dort drüben. Oh mein Gott, da müssen wir wieder raus hier. Und dann mit dem Transportdienst fahren. Machen wir das aber mal. Der Weg raus müsste ja da vorne irgendwo sein. Genau richtig. Hier sind wir da vorne rein. Wir hätten auch direkt da hochgehen können. Und dann schießt er uns das Bein dafür. Unglaublich. So, also wir gehen hier raus. Gucken, dass wir ungesehen bleiben. Und dann würde ich gerne... Ich würde gerne zur republikanischen Basis. Kann ich nicht von hier aus... Dorthin. Da ist sie ja, die republikanische Basis. Müsste klappen. Und dann müssten wir von dort aus schnell reisen können wieder. Also mit dem Transporter. Wir sind auf fast Stufe 44. Ist da was? Ja genau, da oben müssen wir hoch. Sehr gut. Wir sind genau richtig. So, ganz nach oben. Und da ist er dann. Die Basis-Plattformen sind geöffnet. Dort geht's hin. Und dann kriegen wir auch wieder so ein Gegenstand. Die sieht auch ziemlich cool aus, muss ich sagen. Rotbraun mit so einem Pelz. So rötlich. Dann gibt's auch noch die Hosen dazu. Korillanisch, ne? Alles korillanisch. Okay, schauen wir mal ganz kurz, ob hier noch irgendwas ist, was wir verschieben können. Was Einfluss gibt. Das hier gibt Einfluss. Andere Zeug nicht. Das ist eine Granate. Die kann man nicht wirklich benutzen. Ich packe die trotzdem mal darunter. Und die können wir, glaube ich, benutzen. Aber die hätten nicht gerade jetzt. Das hier ist ein besseres Mediket, als das es wir haben. Deswegen packe ich mal das hier rein. So. Und das hier ist ebenfalls Einfluss. Okay. Der Rest ist Schrott oder muss abgelegt werden oder verkauft, ne? So, hier ist der Axialpark. Hier wollten wir ja hin. Und da könnt ihr schon mal ganz in Ruhe durchlesen, was hier steht. Wenn ihr das YouTube pausiert. Okay. Dann schauen wir mal ganz kurz. Ach, wir können ja gerade hier nichts sehen. Oder hier so. Ne, doch. Wir sind fast da. Super. Perfekt. Wollen wir, dass wir hier rauskommen? Überall waren wilde Tiere, die auf ihren Käfigen ausfahren. Lille Tiere, die aus den Käfigen ausbrachen. Okay. Hoffentlich nicht hier. Ähm. Wir werden einfach mal der Straße folgen am besten hier, oder? Oh, wir sind sogar jetzt Stufe 44. Das ist genial. Der kürzeste Weg ist hier durch den Park. Hoffen nur, dass wir nicht angriffen werden von Imperialen hier. Kanonen. Wir folgen einfach mal der Straße. Dann kommen wir schon zum Ziel. Cool aus, der Park, muss ich sagen. Corella ist echt ein schöner Planet. Schöne Gegenden. Der Erde auch ziemlich ähnlich. Oh Mist. Okay, schreien können sie. Solange es uns sich angreift, ist alles gut. Geld ist hinterher. Das sind so typische koreanische Wagen, Fahrzeuge. Alles ziemlich, ziemlich erdlich, kann man sagen. So, äh, und hier ist schon das Ziel. Super. Warum hättest du nicht einfach da hinten zu uns kommen können? Oder da hinten bleiben können? So, wir rennen noch ein bisschen schneller. Irgendwo da, wo sie leichter zu erreichen ist. Ah nein, sie muss ja unbedingt hier hinten hin. Wo sie suchen müssen. Ah, perfekt. Das ist grandios. Der Story-Bereich. Und hier ist Meisterin Sumali. Käpt'n, dieses Dossier war unglaublich. Oder vielleicht auch allzu glaubwürdig. Leider hat Dodonna Wind von der Verhaftung bekommen. Sie ist zum Wolf geflohen. Das war ja sowas von klar. Sagt mir, dass dafür Köpfe rollen werden. Es könnt euch erschrecken, aber der Jedi-Orden befürwortet grundsätzlich keine Enthauptungen. Wozu dann die ganzen Lichtschwerter? Wir haben sie bis zum Museum der Fremdlingsgeschichte verfolgt, in dem die Imperialen ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet haben. Weiter will das Oberkommando nicht gehen. Ich weiß, dass sie mehr war, als nur eure Arbeitgeberin. Darf ich euch jetzt bitten, sie zu verhaften? Ein Teil des selonianischen Tunnelnetzwerks verläuft unter dem Museum. Nur ihr könnt euch dort hineinschleichen und Dodonna finden. Wieso sagen andauernd alle, nur ihr könnt? Ich bin doch bloß ein Kerl mitten im Schiff. Vielleicht gibt es an euch noch Seiten, von denen ihr gar nichts wisst. Kursk! Wie unpassierbar. Ein imperiales Minenfeld, Giftgas, menschenfressende Tunnelbestien. Käpt'n, das hier ist Kursk. Sie wird euch dabei helfen, ins Museum zu kommen. Ich bin doch nicht in der Nähe, aber ich bin doch nicht in der Nähe. Gekauft. Der Käpt'n liebt Explosionen. Aber sowas von. Okay, dann machen wir das mal. Betritt die alten selonianischen Tunnel. Also wieder raus hier, dann suchen wir die mal. Die sind bestimmt hier irgendwo in der Nähe. Meistens so, ne? Sind die in einem neuen Questgebiet. Oder? Oder? Kann ich hin? Ach, ich kann die gar nicht entlang. Wo geht sie hier raus? Oh, die sind die gar nicht. Sind die nicht hier in der Nähe? Okay, wir gucken gleich noch, wie wir draußen sind. Wir laufen noch ein bisschen schneller, so. Okay, also wir haben jetzt zwar damals Polleran-Ding festgemacht, wir müssen aber noch Senatoren-Donner-Ding festmachen. Und dann sind wir wirklich außer Konkurrenz und haben unsere Namen hoffentlich reingewaschen. Das gibt's ja nicht, was wir hier alles auf uns nehmen müssen. Okay, da unten sind die. Das heißt, wir fahren jetzt hier einfach der Straße entlang Richtung Süden, ne? Immer so der Hauptstraße folgen, Richtung Süden. Dann hier runter, ne? Das ist so mein Ziel. Und wir sehen uns dann gleich dort wieder. Außer passiert irgendwas Interessantes unterwegs. Okay, wir sind fast am Ziel, Freunde. Guckt euch mal diese Dinger an hier. Das sind solche imperialen Crawler. So einen hat uns übrigens der gute Zorro geschickt. Und den hab ich mal hier ins Haus reingestellt. Den werd ich euch später mal zeigen. Die sind mega cool, diese Teile. Die kriegt man, wenn man auf Corellia ein Flashpoint farnt. Oh, das passt ja, ne? Wir sind ja auf Corellia. Ist das nicht hier? Hä? Ist das nicht hier das Ziel? Oder müssen wir da unten irgendwo rein? Ah, da wahrscheinlich. Genau, da ist die Schmugglerphase. Super. Juriere wie immer die Gegner, die Unnötigen. Und wir testen vielleicht mal aus, ob hier irgendetwas ist, was wir, wofür wir einen Bonus kriegen, wenn wir es killen. Ah, da können wir sprengen. Also, Sprengsatz platzieren. Okay, natürlich sind da Gegner. Irgendwelche Bestien. Ah, die werden wir gleich mal nieder machen hier. So, perfekt. Gucken wir erstmal, ob das hier irgendwie Bonus gibt oder so. Einmal nicht. Nope, gibt gar nichts, okay. Das heißt, wir können die dann zukünftig ignorieren. Wir müssen uns anscheinend öfter durchsprengen hier. Perfekt, der ist erledigt. So, dann scannen wir ihn doch gleich mal. So, sehr schön. Ich spreng das Ding hier auf. Unsichtbar. Man weiß ja nie, was dahinter ist. Boom. Mehr für diesen Bestien. Die ignorieren wir. Wir haben nichts davon, wenn wir die killen. Laufen wir weiter den Weg hier entlang. Oh, guck mal. Alpha, Frontiger. Okay. Gegen den würde ich gerne mal kämpfen. Das heißt auch nur, um zu testen, wie stark der ist. Lassen wir mal ein bisschen länger bluten. Oh, hat es umgehauen. So, Blutkocher. Okay, das kriegen wir schon hin. Nicht so schwer. Danke an unserem Heiler, ne? Ganz klar. Perfekt. So. Der gibt nochmal Kohle. Das ist gut. Und wir scannen ihn gleich nochmal. Nehmen ein paar Sachen mit hier. Bio-Analyse. Bring das Teil hier auf. Unsichtbar. Und weg hier. Glückwunser Gefährte immer mit uns unsichtbar. Dass wir nicht immer erst diesen Skilly aktivieren müssen. Okay. Wir sind fast am Ziel. Genau. Oh mein Gott. Die deckt. Nein, der hat uns aufgedeckt. Okay. Es geht nicht anders. Wir müssen gegen ihn kämpfen. Oh, hat er uns gerade weggeschossen da? Aber wie? So, dann gehen wir alles. Okay, gleich wir verhebt. Das funktioniert doch. Das funktioniert super. Gerade noch so. Blutkocher. Da wird er gleich explodiert. Genau. Großartiger Damage. Und das war's. Gibt auch gute Erfahrungspunkte. Wir können doch gleich mal plündern hier. Dann schleichen wir uns an der andere vorbei. Ich hätte nicht gedacht, dass der uns tatsächlich aufdecken kann. Ich meine, das ist meistens bei Druiden so, ne? Druiden sind so die schlimmsten Feider eines Schurken. Hier sind wir also, Freunde. Anscheinend. Putzt die da? Putzt da so, wie es aussieht. Ähm. Kann ich die gerade nicht betäuben. Jetzt aber. Sehr gut. Machen wir die einzeln nieder. Okay, perfekt. So, die fängt jetzt einen Schuss ins Kreuz. Awesome. Hier, friss das. Und das. Und das. Das auch noch hier. Lass uns mal bluten. Vielleicht wird's explodieren. Perfekt. So. Herr Isenatorin. Ihr. Ich nehme an, dass ihr hier seid, um über meine Dummheit zu lachen. Ihr könnt nicht hier sein, um mich zu töten. So gnädig ist das Universum nicht. Und ich dachte, wenn ich herkomme, werft ihr mit dem Wolf Arm in Arm Pfeile auf eine Karte der Kernwelten. Ist das nicht Demütigung genug? Soll ich es vielleicht buchstabieren? Ja. Ich ging zum Wolf und hierhin hat er mich geschickt. Nutzlos hat er mich genannt. Nach allem, was ich für ihn getan habe. Wenn ihr mich hier herausholt, helfe ich euch dabei, ihn zu vernichten. Ich will den Wolf tot sehen. Ich will ihn flehen hören. Eure Geschäfte könnt ihr mit der Republik machen. Meint ihr nicht, dass sie verhandeln? Bei allem, was ich über den Wolf weiß? Ich kenne seine Pläne. Er sammelt eine riesige Piratenflotte. Völlig unabhängig von der imperialen Marine. Er hat es auf unsere wichtigsten Werften abgesehen. Holt mich hier heraus. Und ich gebe euch alle Daten, die ich habe. Alles. Soll mich das darüber hinwegtrösten, dass ihr mich zu dieser Drecksarbeit überredet habt? Dass ihr so getan habt, als würde euch was an mir liegen. Das war auch so. Wirklich. Hier. Die Aufzeichnungen von all meinen Kontakten mit dem Wolf. Alles, was die Republik wissen muss. Was immer ihr tut, sorgt dafür, dass die Republik das hier bekommt. Schließt euch mir an. Wir können den Wolf zusammen bekämpfen. Und ich fand immer schon, dass ihr zu mir gnädig seid. Ihr seid zu gut für mich, Käpt'n. Aber zuerst sollte ich verschwinden. Sonst werdet ihr nur ein unnötig großes Ziel. Ratsmitglied Kaikos ist der Kontakt des Wolfs auf Corellia. Er weiß, wo ihr ihn findet. Wir sehen uns. Okay, Freunde. Sprechen wir mit Meisterin Sumali. Und wo ist sie dieses Mal? Wieder dort hinten. Äh, im Sammelpunkt. Okay. Da können wir uns auch hin teleportieren, denke ich mal, oder? Da wären wir also. Schauen, was sie zu sagen hat. Zu der Tatsache, dass wir hier noch den letzten, ähm, Kaikos jagen müssen. Der Wolf besitzt eine eigene Flotte und hat es auf republikanische Werften abgesehen. Woher habt ihr Dordonna gefunden? Hat sie euch etwas geben können? Ich brauche Aufzeichnungen, Gesprächsnotizen. Moment. Reden Dordonna und der Wolf da miteinander? Wir erholen uns immer noch von Coruscant. Wenn der Wolf unsere Werften angreift, legt er unsere Marine lahm. Sie könnten in die Kernwelten einfallen. Ihr müsst herausfinden, wo der Wolf sich aufhält. Wisst ihr vielleicht, wo sich ein gewisses korruptes korrelianisches Ratsmitglied versteckt halten könnte? Ah, natürlich. Eure Übertragungen erwecken den Anschein, dass Ratsmitglied Kaikos eine der wenigen Personen ist, die persönlichen Kontakt zum Wolf haben. Ihr solltet es schaffen, die Koordinaten vom Flaggschiff des Wolfs von ihm zu erhalten. Vielleicht könnt ihr auch bei ihrem nächsten Treffen den ungebetenen Gast spielen. Redet ihr von einem Gespräch unter vier Augen oder soll ich seine Schubladen durchwühlen, wenn er nicht zu Hause ist? Ach, er ist zu Hause. Der ganze korrelianische Rat versteckt sich, seit sein Verrat öffentlich bekannt wurde. Ich kann euch sogar die SID-Datei über sein Anwesen geben. Aber ihr müsst euch selbst einen Weg hineinsuchen. Das gesamte Gelände seines Anwesens ist mit Kameras und Sensoren übersät. Ihr müsst sie alle zerstören, um unbemerkt hineinschleichen zu können. Sonst noch was, Meisterin des gewaltsamen Eindringens? Stellt euch einfach vor, dass ich alles kann, was auch Risha kann. Wo wart ihr, als ich auf der Jedi-Akademie war? Sobald ihr an den Kameras vorbei seid, ist jeder Eingang mit Neuralscannern ausgestattet, die nur bestimmte Gehirnwellensignaturen durchlassen. Wenn euch niemand begleitet, der autorisiert ist, wird das Haus euch rösten. Ihr hattet schon jede Menge toller Ideen. Habt ihr auch eine hierfür? Vielleicht könntet ihr einen der Wachmänner dort höflich bitten, euch zu begleiten. Weitere Erörterungen könnten moralische Bedenken bezüglich meiner Person hervorrufen. Viel Glück, Captain. Kontaktiert mich, bevor ihr es mit dem Wolf aufnehmt. Das solltet ihr nicht alleine machen. Das werden wir definitiv nicht tun. Und wir haben hier nochmal ein paar Sachen anzunehmen. Sehr gut. Sicherheitskameras ausschalten und Sicherheitssensoren ausschalten. Oh je. Wo wart ihr, als ich auf der Akademie war? Wo wart ihr, als ich auf der Akademie war?